Ich bin jetzt hier abends nochmal bei Sandrella und sie hat sich wieder gefreut, sich dann hier in die Ecke zwischen die Boxen zurückgezogen. Sie hat sich erst hingesetzt, sie hat es gerade hingelegt und hier hinterm Böhrchen haben wir glaube ich schon einen Punkt gefunden, den sie richtig gut findet. Wenn du die Augen schon so ein bisschen auf halb machst, das Böhrchen wird immer länger. Bist du super, bist du ganz super. Ja, was du kann jetzt sein. Bist du ein tapferes Mädchen, ne? Ja, bist du so ein tapferes Mädchen. Da hat man doch gar keine Kekse mit damit, ne? Ja, fast nur unverschämt hat, dass wir gar nichts mit hatten. Nein, was passiert hier? Hey, ich hoffe der Benji macht uns das jetzt hier nicht zunichte. Ja, Haltung. Das ist ja klasse. Wow. Da ist der Benji. Er hat sich jetzt wieder zurückgezogen. Toll. Ganz super. Ja, das freut mich Mädchen. Das freut mich sehr. Ich glaube, da freuen wir uns alle, oder?